ein Glück wird schnell Gott Barrow, ach jetzt müssen wir hier wieder die ganzen Dinger aufrufen Boah, ist klar mit dem Die Spiegel-Dinge erinnern ich mich noch mal Ach, nur für die nämlich Ich glaube hier hinterher war schon mal die erste Kiste Blö, aber Das ist auch gar nicht Voll unnötig Huuu Huuu Ob dann ist dieser geile Laser-Droid? Erinner mich noch mal an was Dunkel, du Rassist Wieso? Nur weil ich mit was Legativen ver... Legativen verknüpfen Hahahaha Da vorne ist die erste Kiste Da vorne ist die erste Kiste Das ist schön Wunder, okay Er war das Weil gestern am... äh, wegen dem ersten April kam auch auf diese Harry Potter Seite auf Facebook so viele blöde Harry Potter Sprüche, was? Harry... vingardium pot... äh ne... vingardium... leviosa potter I named him after the most annoying spell I know, in memory of Fred Wingsley. Was Fred der Tote? Ich glaube, er ist tot. Fred? Also ich habe gerade im Kopf eine Meme, wo... wo geht Fred Einkaufen für Rubber 21? Hat der keiner kapiert, ne? Das ist jetzt zu hoch. Erklär den doch mal bitte. Also, ich glaube, er war da gar nicht 21. Fand er nicht nur ein Jahr älter? Also eine Klassensstufe höher? Nee. Mehr? Ich habe zwei. Er müssten sie ja 19 gewesen sein. Jo. Ah, Forever 21... Soll halt ein Witz sein, ne? Also weil... Der eine, der ist ja Forever 21, weil... Er kann ja gar nicht sagen, weil er ist ja tot. So wie Dumbledore, der... vom Turm springt. Nicht springt. Ja. Selbstmord. Dumbledore war süßgefährdet. Dumbledore ist nämlich das alte, äh... schottische Wort für Harakiri. Aufgrund dessen, dass seine große liebe Grantelbart nicht mehr mit ihm, äh... Grantelbart... Grantelwald. Ich weiß nicht. Das habe ich erst mal völlig ignoriert, oder? Aber wird schon richtig sein. Äh... Warte, warte. Dumbledore ist ja Weihnachtsmann. Ja, well, ja. Ah, der ist der falsche Versprecher, Alter. Ja, Marcel... Marcel hat Bock auf Weihnachten und auf, äh... die Weihnachtszeit, wo dann wieder Weihnachtsmann und Kucka gehen. Ey, apropos. Richtig gute Sache, die mir gerade einfällt. Äh... Kinderserien. Es gab mal eine Kinderserie, wahrscheinlich auf Super RT oder so. Die war so mittelalterlich angehaucht. Und das ist eigentlich schon alles, was ich über die Serie noch weiß. Fuck! Ist jetzt nicht viel Information, aber ich muss die wiederfinden. Die einzige Mittelalterliche und immer so wie einfach die Gummibärn wandeln. We hatten, Joe... Das war jetzt auch das, was ich gesagt hätte. Ich hab so ein Bild im Kopf, aber ich kann mich das nicht beschreiben, halt so, so 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 so... So 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 ein Festsaal... Ich weiß nicht, ob irgendwelche Monster waren oder ob so... Ich überlege gerade, was es ist, es gab noch so eine Kinderserie, da waren es halt so kleine Drachen. wir haben verschiedene Dinge gemacht da habe ich letztens schon mal gedacht aber verpeilt zu sein da war ein Drache der hatte immer so eine Mütze auf und hatte so getan als wäre ein Düsenjet im Mittelalter ich glaube das war schon nicht ernst aber halt schon ernstes Mittelalter im Sinne nicht irgendwelche Leute die diese tun als ob mit Leuten meine Tattoo-Wesen und das hatte auch voll das geile Intro ok alle Kinder Serien aus also alle Kinder Serien aus unserer Jugend also alles vor Generation Spongebob war der Shit es gibt übrigens ein äh äh ein hier es gab doch mal dieses Anime Medley mit Strawberry Cake und dem Robin von YouTube wie er sich selber nennt ähm da gibts jetzt auch nen Cartoon Medley und noch irgendwas drittes ach hier äh von unten im YouTuber die Challenge wo du so Kinder Serien Intros aber halt nur als Instrumentl hast und die mussten dann drüber singen vier Ah ne, der andere ist Ernte dritter. Vielleicht machen sie es so wie die Trollspieler von Ferd und George, dass sie zwischendurch mal die Rollen wechseln, ohne dass es einer mitbekommt. Sind Erkan und Stefanie. Ne, sind Ernte und Schnitter. So macht man einen Ritz kaputt. Lernt von mir. Ach, hier sind auch noch Vorwärter. Geschichten aus der Kruf. Oh, das war sogar eine Geschichte aus der Kruf. Darf ich auch irgendwann mal, ich glaube, das war auch mit euch, wo wir ewig drüber nachgedacht haben, wie das hieß und dann sind wir ewig nicht drauf gekommen, jetzt können wir es gar nicht mehr vergessen. Da haben wir auch irgendwann mal eine ganze Zeit drüber nachgedacht, wie das hieß. Ey, hier rechts ist noch von der Kiste. Ach, da ging es auch. Ah, jetzt kommen ja unsere Homies, ne? Homies! Unsere Omies kommen ja. Ah, ne, doch nicht. Alles klar? Nicht ganz. Du weißt doch, das sind die neuen Imperialen. Die AfD, der Sith. Ah, ne? Hätte ich auch gerne. Tasse von. Hihihi. Alternative für Korriban. AFK. Ehehihi. 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 Die Ungewollten sind da manchmal auch schon die Besten. Ehehihi. Aber ich glaube, dass mein Problem gut ist. Vielleicht bin ich ja die Serie. Äh, Kinder... Kinder-Serie, die nur inbitte, Alter, spielt. Wahrscheinlich gibt's denn da so viele, die man jetzt einfach nur nicht auf dem Schirm hat. So 4000 Stück. Google jetzt natürlich Alternative für Korriban. Ehehihi. Du lenkst die Leute alle auf, indem du laberst. Ne. Ne, das ist ne Ausbildung. Ne, das ist ne Ausbildung. Ne, das ist ne Anerkennung. Wer ist es akkreditiert? Da... Gehörst du bei zu den bestverdiensten Deutschen. Wenn du diese Ausbildung... ...abredest. Hier sind noch zwei Poster. Der hier und der Ente. Glockes. Oh, Bonus-Ziele ohne Bündnis schicken. Hm. Aua, aua, aua. Gibt's die Bonus? Es gibt's viele. Aber es gibt viele Bonus. Interessens zu sagen. Kennt ihr die Leute, die Bonus sagen? Hat das nicht mal ein Lira von uns gesagt? Kann aber auch Ernst Räuter gewesen sein, dumm. Da sind jetzt nicht ob wir... Bonus? Bonus, ja. Anstatt Bonus. Die Leute, die China sagen. Und Chinesen. Wenn ich mich ja immer noch aufregen könnte, dass es Chemnitz heißt. Weil... Deswegen sagen wir auch alle Karl Marx statt dazu. Genau. Aber das finde ich eh so schlimm, ey. Weil es gibt keine Sprache, die nicht mit Logik funktioniert. Also im Deutschen gibt es so viele Sonderregeln, die die Sprache so unnötig verkompliziert. Also ich meine jetzt nicht mal hier irgendwie unsere vier Fälle oder so. Wo die Kinn ja irgendwie 23.000 Stück haben. Äh. Aber so Sachen wie, äh. Seitdem. Ist ja eng so aufeinander gesucht. Das ist wie mit je nachdem. Achso. Ja stimmt. Da muss ein Jahrzeichen mehr rein. Ja. Ja oder äh. Unter anderem. Da müsste das anderen glaube ich groß geschrieben werden. Wird aber klein gekriegt. Aber dafür... Diese Sonderregeln fallen ja dann alle unter, äh... Unter, äh... Adverbiale Bestimmung und so ne Scheiße. Damit... Dann... Dann... Damit sie auch... Ja, keiner beschweren. Das müsste doch eigentlich ein On-Bait sein. Äh... Nö, eine adverbiale Bestimmung. Halt dein Maul. Hahaha. So nach dem Motto. Ich hab' ich... Vorgestern erst auf Facebook gelesen, dass Grammar-Nazis Unsupparten sind. Ich bin gern ein Unsuppath. Ja. Grammatik macht frei. Hm. Rechtschreibung auch. Ist das nicht eins und dasselbe? Ne, eben nicht. Grammatik ist halt Satzstellung und so Das ist ja genauso wie mit Orthographie Orthographie ist Rechtschreibung Na jetzt Orthographie nicht nochmal Der Unterschied mit Groß- und Kleinschreibung Ne Wie heißt denn Groß- und Kleinschreibung? Das gehört zu Recht Ist auch Rechtschreibung Rechts Rechts Schreibung Ja Rechtschreibung Hat das was mit Rechtschreibung zu tun? Für die Schreiber und sitzen hier gar nicht Aber wo wir gerade bei Rechtsprechung sind Ich muss immer wieder an den Idioten denken Der da in Nordkorea irgendein Propaganda-Prakat abgerissen hat Und jetzt 15 Jahre Arbeitslager hat Ragt ein Vollidiot Aber allgemein Ich brauche auch ein Andenken Ich nehme dieses Propaganda-Prakat Allgemein ist es voll dämlich Voll viele Leute in sozialen Netzwerken Ich war in Nordkorea voll witzig Ne Davon darfst du kein Foto machen? Hab ich gemacht Davon darfst du kein Foto machen? Hab ich aber Davon darfst du kein Foto machen? Du könntest uns nicht erdenken was ich gemacht hab Ne ich hab kein Foto gemacht Bei Damen hätten sie mich aber nicht Da gibt's dann irgendwie so so Läden die so für die Einheimischen quasi sind Wo die dann halt ihre Die quasi wie die Ossis für die Bananen anstehen müssen und so Dann können wir los Dann können wir los Dann können wir los Das ist der Tool über... äh überführt Ausgeliefert Das ist überführen nicht das selbe Jetzt ist das selbe Ich hab's jetzt grad zu gespielt Also ich kann mir das echt nicht vorstellen um ich war nicht die Sätze sind schon spannend aber ich muss sie mir nicht alle antun ich hatte ein Modul und musste da ist schon ein komplettes Gesetzesbuch auswendig lernen also ich habe zwei Gesetzesbücher gehabt glaube ich HGB und BGB oder wie das heißt? HGB, BGB achso und das Versicherungsvertragsgesetz hatte ich auch noch musstest du alles davon wissen? also alle Kapitel jetzt nicht jeden einzelnen Grundsatz da aber wir haben ja immer mehrere Teile so Familiengesetz bla Naja alles muss ich nicht bei uns wir mussten von fünf Kapiteln im BGB mussten wir drei lernen in einem HGB-Alle ahaha Handel aber meistens wollen mich nicht mehr studieren weil allein dieses eine Modul, was ein Pflichtmodul war hätte ich nie geschafft weil das absolutes Lernfach war ratet was ich nicht kann achja das Vieh kommt da jetzt alle gebrochen